Kommt jetzt wirklich der Great Reset? Den Begriff lese ich in letzter Zeit immer wieder im Netz. Der große Umbruch heißt das übersetzt. Heute klären wir für euch die wichtigsten Fragen dazu. Erstens, was hat es mit der Theorie zum Great Reset auf sich? Zweitens, wer ist Klaus Schwab? Und was hat sein Buch mit einer angeblichen Weltverschwörung zu tun? Und drittens, was soll bei diesem Great Reset passieren? Und was passiert wirklich? Das recherchiert der Faktenfuchs. Er geht Behauptungen nach und entlarvt Falschmeldungen. Aber die Wahrheit ist nicht immer einfach. Über den Great Reset spreche ich heute mit Elisabeth Kagermeyer aus dem BR24-Faktenfuchsteam. Sie hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Klüspies zu diesem Thema recherchiert. Hi Elisabeth. Hi Florian. Elisabeth, jetzt könnte ich sagen, im Internet akkursieren so viele verschiedene Verschwörungstheorien und seit Corona habe ich das Gefühl, sind sie eh noch mehr geworden. Warum sollt mich und warum sollt euch jetzt ausgerechnet die Theorie zum Great Reset interessieren? Das ist laut Experten, mit denen wir gesprochen haben, mittlerweile die Verschwörungstheorie Nummer 1 zu den angeblichen Folgen der Pandemie. Die verbreitet sich auch deshalb stark, weil es auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so aussieht wie eine Verschwörungstheorie. Und die Theorie hat den Sprung aus dem Netz in die Politik geschafft. AfD-Politiker warnen davor. Hans-Georg Maaßen hat Bezug drauf genommen. Der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz. Und bei der Bundestagswahl dieses Jahr ist er auch Kandidat der CDU in Thüringen. Also, das Thema spielt ganz offensichtlich schon jetzt eine Rolle im Bundestagswahlkampf. Okay, also das ist der Grund, warum es uns alle interessieren sollte. Dann schauen wir doch mal drauf, was Maaßen und was die AfD da ganz genau gesagt haben. Die Politik des sogenannten Great Reset habe nicht mehr viel mit Freiheit und Marktwirtschaft zu tun. Das hat Bernd Baumann vor kurzem gesagt, der parlamentarische Geschäftsführer der AfD im Bundestag. Die AfD fürchtet eine, Zitat, sozialistische Gesellschaftsform. Die Links zu den Quellen, die findet ihr übrigens unter dem Video in der Videobeschreibung. In ihr Wahlprogramm für die Landtagswahl hat die AfD von Baden-Württemberg geschrieben, dass eine Durchsetzung der großen Transformationen Great Reset laufe. Ein Systemwechsel, Zitat, weg von sozialer marktwirtschaftlicher Demokratie hin zum grünen Staatssozialismus. Als drittes noch zu Hans-Georg Maaßen. Der hat in einem Livestream Folgendes gesagt. Jeder, der von einem großen Reset oder einer großen Transformation träumt, muss wissen, dass dies als Kriegserklärung gegenüber der freiheitlich-demokratischen Grundordnung verstanden werden kann. Elisabeth, was soll denn jetzt überhaupt dieser Great Reset sein und wo kommt er her? Schon seit Beginn der Pandemie gibt es Leute, die behaupten, dass das angeblich alles geplant gewesen wäre. Und da haben sich die unterschiedlichsten Verschwörungstheorien dazu verbreitet, wer angeblich dahinter stecken könnte. Die einen haben Bill Gates hinter der Pandemie vermutet, andere China, wieder andere die westlichen Regierungen. Eigentlich alle mit einem ähnlichen Tenor. Eine Elite will angeblich die Welt neu ordnen und die Pandemie sei eigentlich nur ein Vorwand, um zum Beispiel ein neues Wirtschaftssystem durchzusetzen. Da wird also erstmal ganz klar das Coronavirus verharmlost und teilweise sogar angezweifelt, ob es Covid-19 wirklich gibt. Und dahinter steckt ein klassisches Muster, das Verschwörungstheorien gemeinsam haben. Das hat uns der Politikwissenschaftler Josef Hollenburger gesagt. Verschwörungserzählungen haben ja immer als Gegenstand, dass es eine kleine Gruppe von Personen gibt oder eine Einzelperson, die was Böses machen will, einen illegitimen Zweck herbeiführen will und sich dabei in einem umfassenden Machtapparat bedienen kann. Und wer soll jetzt hinter der Theorie des Great Resets stecken? Da gibt es verschiedene Varianten, von führenden Politikern über Wirtschaft und Finanzwelt bis hin zu George Soros. Hast du vielleicht schon mal gehört, liest man auch immer wieder im Netz, wenn man sich da so in gewissen Kreisen rumtreibt. Aber eine zentrale Figur ist bei der Theorie zum Great Reset immer dabei. Klaus Schwab, der Gründer des Weltwirtschaftsforums. Damit kommen wir schon zu unserem zweiten Kapitel heute, nämlich der Frage, wer ist Klaus Schwab und was soll ein Buch von ihm mit dieser weltweiten Verschwörung zu tun haben? Der Name Klaus Schwab, der taucht auch in einem Tweet vom AfD-Kreisverband Stuttgart auf. Da heißt es, Angela Merkel und Klaus Schwab, sie wären im Geiste des Great Reset vereint. Tja, das sind ja schon starke Worte. Aber Elisabeth, wie kommen denn die da drauf? Also was hat Klaus Schwab gemacht, dass er da eine zentrale Figur in einer Weltverschwörungstheorie geworden ist? Der Hintergrund Meistens haben solche Theorien einen echten Ausgangspunkt, aus dem sich dann Leute ihre Theorie zu einer angeblichen Verschwörung spinnen. In dem Fall ist es so, das Weltwirtschaftsforum hat im Juni 2020 eine Initiative gestartet, die The Great Reset heißt. Die Initiative hat dabei Vorschläge für eine nachhaltigere Weltwirtschaft nach der Pandemie vorgestellt. Und Klaus Schwab, der hat im Juli 2020 dann gemeinsam mit einem zweiten Autor ein Buch veröffentlicht, das auch The Great Reset heißt. Auf Deutsch der große Umbruch. Jetzt hast du gerade das Weltwirtschaftsforum erwähnt. Vielleicht kannst du ganz kurz ein, zwei Sätze dazu sagen, was es damit auf sich hat. Klar, das ist eine Stiftung, die vor allem für ihr jährliches Treffen in Davos bekannt ist. Da kommen Politiker, Wirtschaftsexperten und Wissenschaftler zusammen, um über Wirtschaft, Sozialthemen und Umwelt zu reden. Und um solche Treffen ranken sich oft Verschwörungstheorien. Die werden von vielen als elitär empfunden. Also da treffen sich so hohe Kreise und entscheiden irgendwas und man kriegt vielleicht nicht alles mit. Aber ganz ehrlich, also wenn doch jemand eine Verschwörung plant, dann macht er das doch nicht auf einem Treffen mit einem Haufen Journalisten. Die ganze Welt schaut zu und dann gibt er auch noch ein Buch dazu raus. Das klingt für mich jetzt nicht so nach einer professionellen Verschwörung. Angeblich wird doch sowas eher hinter verschlossene Türen geplant, oder? Ja, so wird das meistens auch erzählt in den Theorien. Wobei der Klaus Schwab so ein bisserl, finde ich, nach Verschwörung schaut er dann schon aus. Zumindest auf den Fotos, die auf Twitter unterwegs sind, mit Zitaten aus seinem Buch. Die schwarze Robe schaut schon aus wie bei einem Geheimbund, so ein bisserl Illuminaten-Style. Und hier sogar nochmal mit draufmontierten Teufelshörnern und roten Gruselaugen. Hat Klaus Schwab denn wirklich sowas an? Ich meine jetzt nicht die Hörner, Elisabeth. Aber was ist das dann für eine Universität? Die Robe wird an der Technischen Universität Kaunas in Litauen zu feierlichen Anlässen getragen. 2017 hat die Hochschule Klaus Schwab zum Ehrendoktor gemacht. Und bei der Zeremonie haben Schwab und auch einige andere Professoren der Uni diese Roben getragen. Das Bild ist also echt, hat aber nichts mit der Initiative oder sogar der Verschwörungstheorie des Great Reset zu tun. Also kein stylisches Satanisten-Outfit, sondern einfach nur die traditionelle Kleidung einer Universität aus Litauen. Okay, aber jetzt kommen wir zu den Zitaten, die da auf der Bildtafel mit draufstehen. Hat die Klaus Schwab in seinem Buch tatsächlich so gesagt? Der BF24-Faktenfuchs hat alle Zitate auf der Tafel gecheckt. Einige hat Schwab so nicht geschrieben, die wurden zugespitzt. Andere Zitate sind korrekt wiedergegeben. Zum Beispiel, ich lese dir mal eins aus dem Buch vor, was ich hier dabei habe. Eine der größten Gefahren nach der Pandemie sind soziale Unruhen. In einigen Extremfällen könnte dies zum gesellschaftlichen Zerfall und politischen Zusammenbruch führen. Was er im Buch aber nicht sagt, ist, dass das nur an der Pandemie liegt, dass es soziale Unruhen geben könnte oder dass die Gesellschaft zerfallen kann. Sondern er beobachtet das schon länger und sagt, durch die Pandemie könnte die Gefahr größer werden. Es könnte das verstärken. Also, ein Teil der Zitate stimmt, ein Teil ist zugespitzt. Komplett erfunden sind sie aber nicht. Kann man sagen, dass diejenigen, die da an eine Verschwörung glauben, das dann als Beleg dafür nehmen, dass das tatsächlich ein Beweis dafür ist, dass es diese Verschwörung wirklich gibt? Ja, da kommen wir jetzt zum Problem an der Sache. Solche Zitate dienen als vermeintlicher Beleg für die Verschwörung. Aber nur, weil man ein paar Zitate aus dem Buch rausnimmt. Und Plan schwab ja nur nicht höchstpersönlich eine neue Weltordnung. Das ist eine Taktik, die Verschwörungstheoretiker häufiger anwenden. Sie nehmen einzelne rausgegriffene Originalzitate als angebliche Beweise. Das macht es laut dem Politikwissenschaftler Hollenburger auch so schwierig, Verschwörungstheorien wie zum Great Reset mit Fakten zu widerlegen. Weil die Argumentation lautet immer, die Initiative vom WEF, das Buch, das gibt es ja wirklich. Aber das belegt ja allein noch keine Verschwörung. Und die gibt es laut Wissenschaftlern auch nicht. Darüber haben wir auch mit dem Politikwissenschaftler Josef Hollenburger gesprochen. Das ist tatsächlich eine häufig angewandte Taktik, dass man sagt, ja, ich habe ja gesagt, dass der Great Reset existieren würde. Man sieht es ja daran, dass es dieses Buch gibt, dass das Weltwirtschaftsforum genau über diese Narrativ gesprochen wird. Das heißt aber nicht, dass das, was dort diskutiert wird, überhaupt in den Verschwörungserzählungen korrekt aufgegriffen wird. Sondern es wird meist aufgeladen dann wiederum mit anderen Verschwörungserzählungen, die man da gerne reinlesen würde. Jetzt haben wir so viel über das Buch von Klaus Schwab gesprochen. Jetzt würde mich schon interessieren, was steht da drin, Elisabeth? Was will denn Klaus Schwab? Klaus Schwab und sein Co-Autor schreiben in dem Buch, dass die Pandemie und die Folgen für die Wirtschaft nicht nur schlecht sein müssen, sondern es könnte auch eine Chance sein, um die Wirtschaft neu zu denken. Ich lese da nochmal eine kleine Stelle aus dem Buch vor. Es geht darum, die Welt weniger gespalten, weniger verschmutzend, weniger zerstörerisch, integrativer, gerechter und fairer zu machen, als wir sie in der Zeit vor der Pandemie hinter uns gelassen haben. Schwab schaut hier vor allem auf Unternehmen. Die sollen laut ihm nicht nur ihre Profite vergrößern, sondern auch auf Umweltschutz achten oder darauf, dass es den Beschäftigten gut geht. Also eigentlich ein Ansatz, der jetzt nicht neu ist. Das gab es auch schon vor der Pandemie. Aber erst die Verknüpfung mit der Pandemie hat letztes Jahr eine Steilvorlage für Verschwörungstheoretiker geliefert. Das Narrativ ist, die Pandemie ist so eine Art Schocktherapie, mit der die Elite innerhalb kurzer Zeit solche Veränderungen durchsetzen will. Du kannst mich jetzt naiv nennen, aber Umweltschutz, mehr Rechte für Mitarbeiter, das klingt für mich persönlich jetzt erstmal nicht nach einer bösen Weltverschwörung, vor der wir alle zittern müssten. Gibt es denn auch von wissenschaftlicher Seite Kritik dazu, was Klaus Schwab da schreibt? Ja, die gibt es auf jeden Fall und natürlich finden ja auch nicht alle Umweltschutz gleich gut. Ein Wirtschaftswissenschaftler der Universität Amsterdam schreibt zum Beispiel in einem Aufsatz, dass es Sache der Regierungen ist und nicht von der Wirtschaft solche Ideen anzugehen. Er hält so eine soziale Verantwortung von Unternehmen nicht für sonderlich realistisch. Und in einer Fachzeitschrift ist ein Artikel erschienen, in dem der Autor zum Urteil kommt, die Idee vom absichtlich herbeigeführten großen Umbruch und, Zitat, anderer Kontrollillusionen, die durch die Initiative des Weltwirtschaftsforums gefördert würden, seien kaum schlauer und würden wilde Verschwörungstheorien befeuern. Also so von wegen, der WEF ist auch nicht ganz unschuldig da. Okay. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt zu Klaus Schwab oder seinem Buch, dann schreibt uns gern in den Kommentaren. Wenn ihr wissen wollt, warum zum Beispiel Annalena Baerbock in die Theorie zum Great Reset eingebaut wurde und was George Soros damit zu tun hat, dann checkt unser letztes Video in der Infobox. Also was in dem Buch drinsteht, das klingt zumindest für mich erstmal nicht besorgniserregend. Aber jetzt kommen wir zum dritten Teil für heute. Was soll denn laut der Verschwörungstheorie rund um den Great Reset, was soll denn da passieren, Elisabeth? Also es gibt nicht die eine Theorie zum Great Reset, sondern es gibt verschiedene Varianten. Und je nach Variante unterscheidet sich auch, was angeblich das große Ziel von der Verschwörung ist. Die Theorie gibt es nämlich in vielen Ländern, aber sie ist nicht überall gleich. In den USA und Kanada wird zum Beispiel befürchtet, dass mit dem Great Reset der Sozialismus eingeführt werden soll. Der Sozialismus ist ja seit etwa 100 Jahren das Dauerfeindbild von vor allem konservativen Amerikanern. Jetzt wenn wir nochmal an unseren Anfang von heute denken. Auch Bernd Baumann von der AfD hat ja von der Angst vor einer sozialistischen Gesellschaftsform gesprochen. Und im Wahlprogramm der AfD Baden-Württemberg, da stand ja was von Zitat Staatssozialismus. Genau, das geht in dieselbe Richtung der Verschwörungstheorie wie das, was in den USA kursiert. Aber bei dem Tweet von der AfD Stuttgart, den du mir vorhin gezeigt hast, da war wiederum von einer Diktatur der Konzerne die Rede und vom Milliardär Schwab. Okay, stimmt. Und ganz klar, das klingt jetzt wiederum nicht so wirklich nach Sozialismus. Genau. Und in Europa gibt es nämlich da noch eine andere Version von der Verschwörungstheorie. Das hat mir Professor Michael Butter gesagt, der forscht an der Uni Tübingen zu Verschwörungstheorien. In Deutschland und in Europa wird das ganz anders rezipiert. Da wird nämlich behauptet, es ginge im Grunde um eine weitere Steigerung des Neoliberalismus. Es ginge darum, den großen Konzernen noch mehr Geld zu geben und den Arbeitnehmern noch mehr Macht wegzunehmen. Bei dieser Version der Verschwörungstheorie ist der wahre Grund der Pandemie angeblich, den Mittelstand zu zerstören und dass Regierungen von den großen Konzernen abhängig gemacht werden sollen. Als Beweis sehen die zum Beispiel, dass es in der Corona-Krise Rettungspakete für große Konzerne gab. Und oft wird es im Zusammenhang mit dem Great Reset und der Verschwörungstheorie dazu auch von einer neuen Weltordnung die Rede. So wird in ganz verschiedenen Verschwörungstheorien das angebliche Ziel von Eliten und Geheimgesellschaften bezeichnet, eine antidemokratische Weltregierung zu errichten. Also verschiedene Verschwörungstheorien werden hier auch miteinander verknüpft beim Great Reset. Das heißt, zu den angeblich selben Drahtziehern sind komplett gegensätzliche Verschwörungstheorien im Umlauf. Einmal geht es um Sozialismus, einmal um Liberalismus und das Ganze weltweit. Das klingt für mich ein bisschen danach, als wären diese Verschwörungstheoretiker große Fans von Pippi Langstrumpf. Wiedewiedewitt, ich mache mir meine Verschwörungswelt, wie sie mir gefällt, beziehungsweise wie es halt am besten zu meinem Feindbild passt, oder? Ja, dazu passt auch, dass manche auch von Zionisten oder von den Rothschilds sprechen oder von George Soros als Drahtziehern hinter der Verschwörung. Die sind ja auch für viele ein Feindbild. Also ist die Verschwörungstheorie auch antisemitisch oder was hat es damit auf sich? Also die meisten Verschwörungstheorien, die es aktuell so gibt, die sind laut Professor Butter in mehreren Versionen unterwegs. Das heißt, es gibt das immer in einer ganz explizit antisemitischen Variante. Es gibt das dann in einer Variante, wo wir so das finden würden, was man so sekundären Antisemitismus nennt, der sich eben an so gewissen Codes und Chiffren festmacht, wo man dann von einer Ostküstenelite spricht oder von den Zionisten oder eben von den Rothschilds oder in dem Fall eben George Soros. Wir haben gerade gehört, es gibt auch zum Great Reset eindeutig antisemitische Varianten der Theorie, bei denen auf bereits existierende antisemitische Theorien von einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung angespielt wird. Das hat auch Josef Hollenburger gesagt als zweiter Experte. Aber nicht immer ist es so direkt. Manchmal werden Codewörter wie Rothschilds oder Zionisten verwendet. Das nennt man sekundären Antisemitismus. Und es gibt auch Versionen der Verschwörungstheorie, bei denen das keine Rolle spielt. Okay. Für mich klingt das ja immer so, wer als Verschwörungstheoretiker nicht mehr weiterweist, der setzt halt dann auf die angebliche jüdische Weltverschwörung. So bitter, so billig, so wahr. Aber wenn es um Antisemitismus geht, dann muss man es ganz klar benennen. Elisabeth, abschließend jetzt die Frage nach dem, was ihr recherchiert habt. Was ist denn die größte Gefahr, die von dieser Erzählung ausgeht? Man könnte jetzt auch sagen, mei, lasst es halt reden. Da sind wir jetzt wieder beim Anfang von unserem Gespräch bei Hans-Georg Maaßen und AfD-Politikern wie Bernd Baumann, die von der Theorie des Great Reset gesprochen haben. Weil dadurch spielt die Verschwörungstheorie in die Politik rein. Das sieht zum Beispiel Josef Hollenburger sehr kritisch. Hans-Georg Maaßen schafft es durch seine Verschwörungserzählung zum Great Reset tatsächlich, dass mehr Menschen Zugang zu diesen teils antisemitischen Verschwörungserzählungen bekommen und sie damit auch normaler im Diskurs werden. Und der zweite Punkt, solche Verschwörungstheorien können auch dem Vertrauen in die Demokratie schaden. Weil da wird ja behauptet, dass irgendeine geheime Gruppe von Leuten eigentlich schon alles entschieden hat. Da habe ich ja selber dann nichts mehr mitzureden. Das sagt zum Beispiel der Politikwissenschaftler Uwe Juhn von der Uni Trier. Das soll ja eben sagen, dass nicht Wahlen, wie wir es ja in Demokratien sagen, die entscheidende Rolle spielen, sondern dass bestimmte Eliten hier bereits im Vorfeld von Wahlen Entscheidungen getroffen haben. Und das ist natürlich eine klare Form der Unterminierung, der Diskreditierung der Demokratie. Elisabeth, ich fasse jetzt einfach nochmal alles zusammen. Erstens, was hat es mit der Theorie zum Great Reset auf sich? Das ist eine Verschwörungstheorie zur Corona-Pandemie, die sich seit letztem Jahr verbreitet. Die Anhänger behaupten, dass die Pandemie nur ein Vorwand ist, um die Wirtschaft neu zu ordnen. Zweitens, wer ist Klaus Schwab und was hat sein Buch mit einer angeblichen Weltverschwörung zu tun? Die Verschwörungstheorie zum Great Reset basiert auf einer Initiative des Weltwirtschaftsforums und einem Buch von Klaus Schwab, die auch The Great Reset heißen. Klaus Schwab wurde deshalb zur zentralen Figur der Verschwörungstheorie gemacht. Und drittens, was soll bei diesem Great Reset eigentlich passieren und was passiert wirklich? In Schwabs Buch ist aber weder vom Sozialismus noch vom Neoliberalismus die Rede. Beides soll aber angeblich Ziel der Verschwörung sein, je nach Version der Theorie. Was wirklich passieren kann? Dass solche Verschwörungstheorien normalisiert werden, auch weil bekannte Politiker sie weiter verbreiten. Die Verschwörungserzählung hat also Einzug in den aktuellen Bundestagswahlkampf gehalten. Außerdem können solche Theorien das Vertrauen in die Demokratie schwächen. Elisabeth, vielen Dank für diesen ersten Überblick zum Great Reset. Ich bin schon gespannt, welche Rolle das Ganze bei der Bundestagswahl spielt. Ja, ich auch. Habt ihr auch ein Thema, von dem ihr euch wünscht, dass es sich der BR24-Faktenfuchs mal genauer anschaut? Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare oder an faktenfuchs at br24.de. Dann schreibt es uns gerne in die Kommentare.